Mega Rentenerhöhung zum 1.7.2024 angekündigt. Was ist dran an den Aussagen des Hubertus Heil aus der Pressemitteilung vom 20.03.2023? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Am 20. März 2023 kam ja die Nachricht zur Rentenerhöhung zum 1.7.2023. 4,39% im Westen und 5,86% im Osten mehr Rente. Soweit, so gut. Hubertus Heil teilte dann in einer Presseerklärung über das Bundesministerium für Arbeiten Soziales mit, dort ist die auch abgedruckt, dass die Rentenanpassung 2023 aktuell hinter der Inflation zurückbleibt. Das sei aber nur eine Momentaufnahme. Die Renten folgen den Löhnen, da hat Herr Heil tatsächlich recht. So stellte es auch die Pressemitteilung des BMAS zur angekündigten Rentenerhöhung dann auch dar. Der aktuelle Rentenwert habe sich seit 2012, also vor zehn Jahren, im Westen um insgesamt 26% und im Osten um 40% nach oben bewegt. Das sind stolze Zahlen, muss man ganz ehrlich sagen. Im gleichen Zeitraum hat es eine Inflation von rund 20% gegeben. Inflationsbereinigt sind die Renten somit im Westen bei einer Bruttorente von 1.000 Euro um 63 Euro gestiegen und im Osten um 198 Euro im 20-Jahres-Zeitraum. Hubertus Heil verweist für die Rentenanpassung zum 1.07.2024, also Renten folgen den Löhnen, auf die aktuell im Jahr 2023 abgeschlossenen Tarifverträge. Und diese sehen für 2023 tatsächlich beachtliche Löhnenabschlüsse vor. Wenn also die Formel stimmt, dass die Rente den Löhnen folgt, müsste es im Jahr 2024, wenn wir uns die Tarifabschlüsse 2023 so mal anschauen, eine Mega-Rentenerhöhung geben. Wenn, wenn das Wörtchen, wenn nicht wäre, damit will ich sagen, dass das alles ziemlich spekulativ ist, was der Bundesminister da so sagen will oder ankündigen oder andeuten will, warten wir doch einfach die Prognosen und die genauen Zahlen der möglichen Rentenwerterhöhungen für das Jahr 2024 einfach mal ab. Näher zum Thema Rentenerhöhung 2023-2024 finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen wie immer eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.